Halbzeit Willkommen zur Let's Play World of Tanks Ähm ja auf den normalen Server Diesmal auf White Park Ich fahre wieder auf meine Standardposition Ich habe aber einen anderen Panzer Und zwar den M1 Abrams Mit einem komischen roten Teil da vorne ähm, ja der fährt leider nicht ganz so schnell ich hab auf dem Teil noch nicht den dicken Motor und die Wummel ist man sieht auch noch nicht so lang aber tritt trotz tritt trotz desto trotz, genau, desto tritt äh, WTF ey, jetzt, jetzt mach hier mal ein bisschen Platz Papa muss hier hin wo bist du? na, schade, dass hier irgendwie nichts kommt das ist echt irgendwie ein bisschen doof ich wüsste gerne vom Wasser das Objekt wahrscheinlich was anderes hätte mir wahrscheinlich nicht ganz so viel reingehauen doof, dass es durchgekommen ist da, ein Tiger ui, gebaunst der lädt schneller nach als ich egal brauche nur zwölf Sekunden jetzt hier die Physik voll am Auspermen nicht durchgekommen hier muss ich aufpassen, sonst zeig ich meine übelste Wanne hier boah, geiles Teil, würde ich mal sagen dengegen wird es bald geben für ein bisschen Gold aber die Wunger ist einfach nicht so schön die macht leider nicht so viel Damage oder nicht doch, der Damage ist gut die Wirtschaftskraft ist leider nicht ganz so vorstell oder so wie ich mir das vorstelle und da schießen wir meinen Gegner gleich weg ich fahr mal jetzt doch hier rüber und Bash zeig mal hier das Gewicht vom Panzer boah schade, dass man da nicht drüber fahren kann das war aber recht nice da habe ich ordentlich viel weggeschoben jetzt müssen wir eben noch ein IS-4 von hinten gehen das ist schlecht weil wenn er sich umdreht sind wir tot ui ah, sieht man mal da habe ich mal Schaden gemacht das war jetzt mal der richtige Schaden so mache ich die Mienen normalerweise ich muss mal wieder nachladen und er dreht ich muss mal um Hilfe schreien damit ich mal Hilfe bekomme ach, da ist eine Wand dort ist gut wenn er hier nämlich rumdreht müssen wir mal hier ein bisschen umdisponieren am besten fahren wir vor damit er vorfahren muss und hauen ihm gleich mal ordentlich Schaden rein ja, er hat uns jetzt nicht abgeschossen da fahr aber den Batchett jetzt hier so der Batchett will das jetzt schaukeln so, da wollte ich jetzt einmal nicht riskieren als unser Batchett noch in irgendeiner Weise einen draufkriegt dann wäre er nämlich tot und das soll wirklich nein, 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 nein shit warum musste da unbedingt die Hauswand sein ganz ehrlich so, oh, shit unser Batchett dann haben sie auch wieder gebashed das ist wieder nicht gut bis jetzt wieder ja, das war's ich würde mal sagen wir haben gut gekämpft die Gegner hier irgendwie nicht die verkacken nämlich obwohl das ist ja ein starker Panzer der MR1 da hinten na, na, na das, das müssen die noch schaukeln hier der hier hat ein bisschen Wartlos sich warten lassen dafür kassiert er jetzt würde ich mal sagen der jetzt geht das ist auch eine Kunst vor ihm zu stehen und irgendwie zu schaffen und hinter das Teil zu schießen jetzt bitte auf die schützen genau schön so, jetzt fahr zurück fahr doch nicht oh wer da zurückgefahren hat der TD vielleicht nicht den ganzen Radius da gehabt hätte da nicht draufschießen können oh der IS-3 hier im best stehen den ich übrigens auch hab aber der ist nichts gegen 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 gegenzug zu meinem M1 und ja damit pohne ich natürlich alle einem M1 hier wo ist der IS-3 trau dich ist ja noch ein Treffer der durchkommen muss na ich glaub den krieg ich da nicht da fährt da rum jo ja und zielen und schau's schön gemacht IS-3 das war's doch schon wieder ey ich muss sagen die FPS ging dieses Mal nicht in den Keller 20 FPS ist nicht viel aber durchgehend 20 FPS ist auch noch okay mit den Physik oh da lebt wohl noch einer und zwar die Artillerie die steht hier wahrscheinlich rechts und weswegen stand die so komisch ach so ich dachte schon hab ich doch einen anderen Schuss gehört sonst wäre das auch relativ dumm da zu stehen ja 3.000 Euro Schaden das läuft doch und gut 44.000 plus 5 Pro und Wonser ganz gut ja ich freu mich hier dass der M1 so gut ist und ja lasst ne Bewertung da kommen mit dieses Video und tschüss